Vorwort Kindern die Wahrheit sagen Es ist immer noch sehr verbreitet zu glauben, dass Kinder nicht fühlen können, dass das, was man ihnen antut, keine Folgen hat, oder halt andere als bei erwachsenen Menschen, weil sie eben noch Kinder sind. Auch an Kindern ausgeführte Operationen ohne Narkose wurden noch vor kurzem erlaubt. Und vor allem der Brauch der Beschneidung von Mädchen und Knaben sowie sadistische Initiationsrituale sind immer noch in vielen Ländern üblich. Das Schlagen von Erwachsenen nennt man Folter. Das von Kindern? Erziehung. Zeigt nicht das allein schon klar und eindeutig einen Schaden im Gehirn der meisten Menschen? Eine Läsion? Ein gewaltiges Loch dort, wo Empathie zu finden sein sollte, insbesondere die für Kinder? Im Grunde ist schon allein diese Beobachtung Beweis für die These, dass alle geschlagenen Kinder Folgeschäden im Gehirn davon tragen, weil fast alle Erwachsenen gegen Gewalt an Kindern abgestumpft sind. Viele Menschen zeigten sich empört über die Perversionen der US-Soldaten, die in der Behandlung der irakischen Gefangenen sichtbar wurden. Selten habe ich allerdings von einer solchen Empörung gehört, wenn hier und da versucht wurde, perverse Praktiken aufzuzeigen, die an Kindern verübt werden, wie zum Beispiel in amerikanischen und britischen Schulen, weil diese dort seit jeher als Erziehung bezeichnet werden. Hingegen wird die Brutalität gegen Erwachsene, mit Recht, sofort als Skandal empfunden. Was denken Sie über die Rolle, die die Religion beim Aufziehen der Kinder spielt? Wie beeinflusst Religion das Verhalten der Eltern? Ich denke besonders daran, wie Religion die Ideologie der Kindererziehung prägen mag. Menschen richten meine Aufmerksamkeit häufig auf Zitate aus dem Neuen Testament, die die Wertschätzung der Kinder hervorheben. Aber für viele Menschen ist es bekanntlich kein Widerspruch, Kindern angeblich Wertschätzung entgegenzubringen und sie gleichzeitig zu opfern. Die Gutgläubigkeit und Offenheit von Kindern verleitet ihre emotional ausgehungerten Eltern oft dazu, sie zu missbrauchen und auszubeuten. War nicht Jesus selbst ein besonders in Ehren gehaltener und zugleich geopferter Sohn? Tatsächlich kenne ich keine Religion, die die Praxis der Misshandlung von Kindern verbietet und verurteilt. Durchgängig werden Respekt, Verständnis und Liebe für die Eltern gepredigt, gleichgültig wie diese sich verhalten. Andererseits sollen zum Beispiel nach Luther Kinder nur insoweit geliebt werden, als sie gehorsam und gottesfürchtig sind, das heißt solange sie sich selbst verleugnen. Eltern haben hingegen das Recht auf die bedingungslose Liebe und den Respekt ihrer Kinder. Dostoyevsky mag in »Die Brüder Karamazov« geschrieben haben, dass ein Vater nur geliebt werden solle, wenn er es verdient habe. Er selbst aber litt an Epilepsie, weil er nicht wissen durfte, dass er ebenfalls ein schwer missbrauchtes Kind und Opfer unbeschreiblicher Brutalität seines Vaters gewesen war. Nur dank der Liebe und Hilfe seiner Mutter konnte er dem Schicksal entgehen, selbst zum Mörder zu werden, nicht aber seiner Krankheit. In einem meiner Bücher habe ich gezeigt, dass intelligente, religiös gesonnene Erzieher, wie Luther vor 400 Jahren, Menschen immer noch raten, heute die Route zu benutzen, damit das Kind morgen von Gott geliebt werden wird. In seinem wichtigen Buch »Spare the Child«, verschont das Kind, wies Philipp Greven nach, wie weit verbreitet, wie weit verbreitet, sadistische und zerstörerische Methoden der Kindererziehung noch sind, besonders jene unter dem Deckmantel der Religiosität. Dies gilt nicht nur für die christliche Kindererziehung. Schätzungsweise 100 Millionen heute lebender islamischer Frauen wurden in der Kindheit die Genitalien verstümmelt. Millionen jüdischer und arabischer Kinder wurden als Kleinkinder oder später nur um eines Dogmas willen der Beschneidung unterworfen. Solche Grausamkeiten sind bloß dann möglich, wenn die Empfindsamkeit eines Kindes vollkommen geleugnet wird. Aber wer könnte heute ernsthaft behaupten, dass ein Kind nichts fühlt? In Indien sind Millionen von Mädchen im Rahmen einer religiös sanktionierten Heiratslehre als »Bräute« vergewaltigt worden. Zahllose, von der Religion stillschweigend geduldete Initiationsrieten sind nichts anderes als sadistische Kindesmisshandlung. Wie würden Sie Missbrauch definieren? Missbrauch heißt für mich, dass man einen anderen Menschen für alles benutzt, was man von ihm will, so wie man ihn gerade gebrauchen kann. Man fordert einfach vom anderen, ohne nach seinem Einverständnis zu fragen, ohne Respekt vor seinem Willen, seinen Bedürfnissen und Interessen. Mit Kindern kann man dies sehr leicht tun, denn sie lieben ihre Eltern, sie vertrauen ihnen, und sie können nicht realisieren, dass sie missbraucht werden, ihre Liebe ausgebeutet wird. Gerade wenn sie von Anfang an gezwungen wurden, ihre Gefühle zu ignorieren, haben Kinder ihre Sensibilität für »Warnsignale« meist verloren. So wird ein kleines Mädchen dem Nachbarn in den Keller folgen, der ihm Schokolade versprochen hat, obwohl es sich vielleicht unbehaglich dabei fühlt. Aber wenn es von Beginn seines Lebens an lernte, dass seine Gefühle unbedeutend sind und es jede erwachsenen Person zu gehorchen habe, auch wenn es einen inneren Widerstand spürt, wird es dem Nachbarn folgen. Es wird sich verhalten wie das kleine Rotkäppchen im Märchen. Und später wird die erwachsene Frau vielleicht ihr ganzes Leben lang in ihren Beziehungen zu Männern leiden, wenn sie diese frühe Erfahrung nicht aufgearbeitet hat. Wenn sie dies aber geleistet hat, wird sie viel weniger Gefahr laufen, das Opfer einer Vergewaltigung oder von Belästigungen zu werden. Der längste Weg oder Was können wir von einer Psychotherapie erwarten? Für mich war der längste Weg in meinem Leben der Weg zu mir selbst. Ich nehme an, dass viele die gleiche Erfahrung gemacht haben. Sicher nicht alle, denn glücklicherweise gibt es Menschen, die von Geburt an das Glück hatten, von ihren Eltern als das, was sie waren, mit ihren Gefühlen und Bedürfnissen voll angenommen zu werden. Diese Menschen hatten von Anfang an Zugang zu ihren Gefühlen und Bedürfnissen, mussten diese nicht verleugnen und mussten nicht lange Umwege in Kauf nehmen, um das zu finden, was sie nicht zur richtigen Zeit bekommen haben. Es bedurfte meines ganzen Lebens, um mir zu erlauben, so zu sein, wie ich bin und auf das zu hören, was mir mein Inneres sagt, immer weniger verschlüsselt, ohne auf Erlaubnis zu warten von Personen, die meine Eltern symbolisieren. Ich werde immer wieder gefragt, was ich unter einer gelungenen Therapie verstehe, obwohl ich dies indirekt in verschiedenen Büchern beschrieben habe. Aber nach dieser kurzen Einleitung kann ich es vielleicht einfacher sagen. Eine gelungene Therapie müsste helfen, diesen langen Weg zu verkürzen, müsste helfen, sich von den alten Anpassungsstrategien zu befreien und zu lernen, dem eigenen Gefühl zu vertrauen, etwas, was die eigenen Eltern erschwert oder gar verunmöglicht haben. Vielen Menschen bleibt dieser Weg versperrt, weil er von Anfang an nicht beschritten werden durfte und somit gefürchtet wird.